Hallo liebe Studentinnen, hallo lieber Student, hier nun die vorläufige Gliederung zu unserer Lektion Thema Neujahr zum Kurs A2 bis Test-DAF-Vorbereitung, auch Übungen zur DSH-Vorbereitung. Also hier das vorläufige Inhaltsverzeichnis, Sie können sich darüber informieren. Es können noch Veränderungen erfolgen oder Erweiterungen, aber dann nur zu Ihrem Vorteil, nicht zu Ihrem Nachteil. Ich wünsche Ihnen weiterhin bei Ihrem Erlernen der deutschen Sprache viel Erfolg und auch Prüfungserfolg. Ich sage Tschüss.